Mensch zu sein bedeutet, dass man das Leben so lebt, wie man es selbst möchte und sich die Situationen so formt, wie man sie möchte. Ansonsten werden wir von den Situationen regiert und beherrscht. Verantwortlichkeit erstreckt sich über alles. Wir sind das Zentrum der Situation und wir sind ganz alleine verantwortlich, wie wir unser Leben gestalten. Komm zuerst in einen gemütlichen Schneidersitz und dann richte einmal bewusst deine Wirbelsäule auf. Lass die Schultern entspannt nach unten sinken und lege deine Arme mit nach oben geöffneten Handflächen locker auf deinen Oberschenkeln ab. Bring Daumen und Zeigefinger zusammen. In Chin Mudra Und dann bring all die Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Spür wie der Atem fließt Spür wie sich dein Bauch hebt mit jeder Einatmung Dein Brustkorb sich weitet und deine Brust sich hebt und mit der Ausatmung lass Brust und Bauch wieder sinken. Noch einmal tief einatmen in den Bauch hinein und sanft wieder ausatmen. Wenn wir erkennen, dass wir die gewisse Kompetenz besitzen das Leben mit all seiner Vielfalt annehmen und damit umgehen zu können schaffen wir es zum Zentrum jeglicher Situation zu werden und plötzlich können wir Regie über unser eigenes Leben führen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr ärgern dürfen. Nein, es bedeutet schlicht und einfach die Fähigkeit zu besitzen, bewusst zu reagieren. Wenn einem bestimmte Erinnerungen aus der Vergangenheit Kraft geben seid dankbar für diese Erfahrungen. Falls sie euch jedoch Kraft und Energie nehmen verzerren sie unsere Gegenwart nur. Wir selbst haben also immer die Wahl bewusst oder zwanghaft zu reagieren. In diesem Sinne möchten wir unser heutiges Mantra formulieren. Kehre immer wieder zu deinem Mantra zurück. Wenn du in Gedanken abschweifst. Ich bin voll und ganz verantwortlich für das, was ich bin und für das, was ich nicht bin. Ich kreiere mein Leben selbst und ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin voll und ganz verantwortlich für das, was ich bin und für das, was ich nicht bin. Ich kreiere mein Leben selbst und ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin voll und ganz verantwortlich für das, was ich bin und für das, was ich nicht bin. Ich kreiere mein Leben selbst und ich bin dankbar für mein Leben. Nun sprich das Mantra in Gedanken weiter. Denk daran, immer wieder zu deinem Mantra zurückzukehren, wenn deine Gedanken abschweifen. Ich bin voll und ganz verantwortlich für das, was du nicht bist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020